Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alice Madness Returns. Wir sind schon, glaube ich, kurz davor, endlich bei der Raupe zu sein. Und schauen uns aber erst mal weiter um. Wir haben nämlich noch jede Menge zu entdecken. Ein Fläschchen nämlich. Und Zähne. Noch mehr Zähne. Zähne für mich. Immer gut. Schlitz, Schlitz, Schlitz. Ach, das ist an. Okay, man sieht es gerade nicht durch die Lichteffekte. Schaut ich das bis darüber? Ja. Nach dahin bitte, Alice. Das sieht nicht gut aus, da vorne. Oh, Flammen werfen, der Dinger. War hier nicht gerade die Kitzchen? Das ist egal. Da oben ist eine Erinnerung. Da will ich hin. Wie komme ich da hin? So nicht. Okay. Ich habe verstanden. So, also nicht da hin. Und du gehst mir auch ein bisschen auf die Nerven. Wir haben hier etwas, wo wir dran ziehen können. Ja, das hat von der Grafik her nicht ganz gepasst, das Ranspringen dort. Aber ist jetzt erst mal... Beobachte, lerne und reagiere. Ich will zu der Erinnerung. Ich glaube, da muss ich hier dran. Oder auch nicht. Anscheinend doch nicht. Aber hier haben wir das. Auch gut. Ah, hier haben wir auch die Erinnerung. Feuer, Alice! Feuer! Rette dich! Mach auf, Lizzie! Lizzie! Öffne die Tür! Der Schlüssel, Lizzie! Schließ die Tür auf! Du verbrennst! Nein! Verdammt! Bitte ein Rätsel. Bitte ein Rätsel. Nicht wieder kämpfen. Kämpfen ist... Keine Zeit zu verlieren! Wir haben doch keine... Hallo? Ja, könnt ihr mir mal bitte... etwas... ein wenig auf die Nerven gehen gerade? Okay. Und dann schalten wir halt da erst... erst euch, die Geschirrern hier. Ich habe aber die Befürchtung... Erfolg. Okay. Erfolg. Komm, Alice! Nicht trödeln! Du hast schon den Zug verpasst! Ja, da ist die Audio immer so ein bisschen abgehackt. Da haben sie so wenig Kampfe aufgepasst beim Editieren und so. Egal. Passiert mir auch. Der Hutmacher. Der arme, arme Hutmacher. So, dann können wir auch wieder zurück. Ich brauche Energie! Verdammt! So. Jetzt kann ich da runter. Da, geschafft! Wo ist auch immer das soll mit dem... Tür zu! Ja, Alice! Wieso fällst du auch da runter? Da. Nee, diese Superpower hebe ich mir für... später auf. Ich brauche aber... Was? Was soll? In der Key. Na toll. Ich ahne Schlimmes. Ich sagte ja, ich ahne Schlimmes. Oh, wenn er weg ist, dann... Hier trifft es mich so gerade nicht. Ah. Eine Flasche und etwas zum Ziehen. Und ich brauche Energie. Okay. Verdammt. Was soll der? 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 Wo soll oder? Ah, ich musste von da. Ah, na toll. Elos, wieso machst du sowas mit mir? Den ganzen Weg umsonst hier runter. Wow. Was soll das denn jetzt? So ein Flammenwerfer mit einbauen? Ich glaube, ihr spinnt wohl. Okay, fahr hoch bitte. Bitte lasst das Feuer aus. Und schweb. Okay, nächstes Bild. Wieder 2D-Action. Yeah. Coole Sache. Das freut mich. Die Kriegführenden ohne Sinn und Zweck missbrauchten und töteten ihre friedfertigen Opfer, die sie dafür hassten, dass sie anders waren. Die Invasoren verdarben die heile Welt. Die Überfallenen konnten die gnadenlose Brutalität nicht verstehen. Trotzdem blieben sie und versuchten ihre Unterdrücker zu beschwichtigen und ihre Vergangenheit zu retten. Die Eindringlinge griffen in Intervallen an, statt alle auf einmal zu töten. Die unglücklichen Überlebenden lebten in ständiger Furcht weiter. Gibt es ein schlimmeres Schicksal? Jetzt haben wir ja auch noch wieder... Ich hab's mir doch fast gedacht, dass so etwas passiert. Und aufwärts! Dankeschön! Oh, da hinten fällt alles auseinander. Ihh, Flammenwerfer. Ihh, Flammenwerfer gehen auch aus. Okay. Äh, genau wenn ich da drüber bin, geht er natürlich an. Das ist mal ein bisschen blöd. Ja, geh aus. Geh aus. Hm, Mist! Nochmal. Aber übrigens muss ich nicht mehr immer alles von vorne spielen. Das wäre... Ducken. Ducken. Cheese. Den Pfirsich will ich haben. Gibt zwar nur Zähne, aber egal. Also nicht wirklich egal. Oh, sie alle platt. Ja, ich muss da runter. Okay. Äh, nicht okay. Muss also gleiten. Das Gleiten hält mich ewig. Okay. Zack. Das ist gemein. Wie soll man das denn wissen, wenn man... So. Das war gemein, Leute. Das könnt ihr nicht machen. Okay. 40, 10, 10. So, nach oben. nicht nach unten, Alice. Ich frage, muss ich jetzt nach rechts oder nach links? Ich gucke mal rechts. Sieht so aus, als ob ich da weiter müsste. Sieht so aus, als ob ich es mir jetzt gehörig verbaut hätte. Ja, klappt nicht ganz. Ja, weil ich da schon hingegangen bin, obwohl ich da noch gar nicht hingehättet musste. Whatever. Er ist nicht nach unten. Wieso machst du denn das? Ja, jetzt ist sowieso egal. Noch ein Versuch. Ich denke, ich darf auch nicht auf die drauf springen. Oh, der schießt doch direkt. Schieß. Alter. Aua. Jetzt hört doch mal auf. Ich bin ein bisschen zu hastig. So, Pfirsich. Verlassen. Geschafft. Chaka. Da sind wir wieder und haben immer noch wenig Energie. Und die Tür geht zu. Das war ja so klar. Machen wir das Ganze so. Kamera, könntest du bitte aufhören, hier rumzupacken? Da sind es schon. Tönen Tag. Das war ja so. Wir haben mir alcohol- ... ... auch gehalten. Das war ja nicht. nicht sehr верn. Ja, ich bin ja. Das war ja nicht. Die Türắcsteine ist jetzt zuдam. Ich bin ja nie. Ja, ich bin da. Ich bin ja, sie ist gut für dich. Ja, ich bin ja. Ich bin ja. Jetzt kommt, stirb, 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 stirb. Dankeschön. Die Türen gehen auf. So. Und dann... Was machen wir dann? Wir schauen uns erstmal hier rum, weil hier sind noch Geheimnisse. Ziemlich sicher bin ich mir da. Was machst du denn, Alice? Doofe Kuh. So, manchmal... So, nicht da wieder in den Luftstrom rein, du sollst da oben drauf bleiben, bitte. So, bitte aufwärts. Ah, wieder ein Schieberätsel. Ja, zumindest jetzt. Naja, schauen wir uns um. There bin erste... 怎么了... Dichorpe, das bloß in die Luft, auszübe. Dichorpe. Äh, ja. Dich now... Boüss. Dich now... Boöhn. Dich not. Dich now... Da kann ich aber eben meine Energie wieder auffüllen. Dankeschön, dass es sowas gibt. Und dass diese Blümchen sowas machen. Komm, das reicht. Danke. Noch zwei Zähne zur Belohnung. Auf zum nächsten Puzzleteil. Hui. Ah, hier gibt es eine Abzweigung. Okay. Ich hoffe, ich habe solche nicht schon mal irgendwo verpasst jetzt. Ein Geheimnis, das zu einem Geheimnis führt. Na gut, ein Geheimnis ist ja nicht wirklich, da ich ja hier eh lang muss, um zum Puzzleteil zu kommen. Und was mir jetzt nicht so ganz gefallen will, ist, dass es hier wo dunkel ist. Da ist die Druckplatte. Na toll. Ja, ich weiß, dass das jetzt aufgeht. Das müsst ihr mir nicht immer zeigen. Und schon gar nicht. So, ich denke, hole ich die beiden Puzzleteile noch und beendet dann die Folge. Ja, würde ich sagen. Ich hole die Puzzleteile noch und beendet dann erst die Folge. Sind ja nur noch zwei. Hier ist noch eins irgendwo. Hier unten. Na, okay. Hast du mich geboxt, oder was? Hallo, ich hau die ganze Zeit auf dich drauf und treff den nicht, oder wie? Wie viel kommt denn hier? So, ein Puzzleteil müsste jetzt noch irgendwo liegen. Und das tut es auch hier oben. Anscheinend irgendwo da oben. Ich hab's doch schon gesehen. Jep, Schiebepuzzle. Okay, aber das schauen wir uns dann an in der nächsten Folge. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Herr Mango. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.